Er ist 14 und kann fliegen von Big Bounce, die Tampi-Show. Wie gesagt, nächste Woche Freitag wird es ausgestrahlt um 20.15 Uhr auf RTL, also schaltet auf jeden Fall ein, wenn ihr wissen wollt, wer gewonnen hat und falls ihr jetzt bei der ganzen Sache mit Big Bounce und so gar nicht mitgekommen seid, kommen jetzt hier ein paar kleine Ausschnitte von meiner Vorrunde, Leute. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.